So, jetzt die wunderbare Tür. Kann man endlich öffnen, warte mal. Drück auch, oder du, oder ich drücken. Ja, du musst machen. Also, man hält eigentlich nicht komisch einfach die Tür hin, also die Karte. Nicht komisch, ist nicht immer in der Nähe. Ach du, scheiß, was war das? Warte, das ist doch auf diesem Bild drauf, ne? Timmy's Drawings, ja das ist dieser rote Raum. Ja, ok, komm. Ah, ist klar. Digga, das sieht einfach nicht mehr aus wie diese Forest. Ja, das ist aber nicht mehr Forest. Es sieht irgendwie aus wie Highfly, oder so. Kann man hier? Farbe nehmen, ja. Oh, hier ist ein Boot. Comment. Warte, hier geht's nicht weiter, ne? Ne, ne. Okay. Wurde ich weitergehen. Also, es gibt hier anscheinend mehrere Wege. Denk ich mal. Ja. Oh, ne, ich hab gar keinen Bock auf ein Logorand. Lass mal hier unten gucken. Warte, warte. So. Alter, wie weit der Weg geht. Hä, hier gehst du runter? Kann man hier wieder wieder hoch? Nein, kann man nicht. Ne. Scheiße. Dann lass mal da gucken. Wie ist... Nein, nein, da war nichts. Komm, warte mal. Ich guck mal nach. Wirklich gar nichts. Nix. Nix. Egal, zehn Sekunden laufend stört mich nicht. Paar Knochen, paar Uhren. Achso, ja. Okay, gut. Sind wir immer noch in der Höhle eigentlich? Ja, ne? Weil guck mal. Ja, wir sind unter der Erde, klar. Du hast Zeichen von der Höhle. Und da links sind die Häuser. Junge, du bist so fett, ne? Hallo, bin da, bin hoch. Ey, aber wenn wir da jetzt nicht mehr hochkommen, müssen wir ja irgendwo anders rauskommen, oder? Und ich kann... Wir können hier nicht speichern, hab ich gehört. Gelesen. Nirgendswo. Also vielleicht selber bauen, aber ich weiß nicht. Okay, das Kind sieht creepy aus. Wer ist das, Alter? Auch so ein Christenbaby, Alter. Komm her. Alter. Diese Orte erinnern mich grad an. Fuck right. Also ich hab so Theorien, dass die diese Kinder hier... Irgendwie... Ja, wir werden... Wir werden... Wir werden Geheimnissen auf der Spu... Auf der Spu... Oh, okay. Es werden immer so viele Kinderfotos und so. Ja, wir werden das schon rausfinden. Das sieht einfach aus, als wenn hier Timmy wohnen würde, so. Als wenn der sich hier so... Was er sich abgehauen ist und dann... Dings hier. Hier geschlafen hat. Aber es hat keinen Sinn, dass er weggenommen wurde und dann seine Zeichnung hier gemacht hat. Einfach hier rumfliegen, überall. Und die ganze Insel. Ja, keine Ahnung. Hallo? Ob er so genug Zeit hat, so. Ich weiß nicht, ob da jemand ist, aber sieht so aus vom Schatten her. Ja. What the f... Fuck? Digga, wir sind gegerismert. Digga! Das... Alter! Technik! Wir haben Technik und Essen. Was? Ticken! Junge, geh mal weg von mir! Ich kann aus den Automaten trinken. Ich kann hier Geld reinlegen. Oder so. Also dazu ist das Geld gut. Guck mal! Geil! Ey, kann man noch mehr reinstecken? Alter! Nee! Es kommt nix mehr da raus. Ich glaub, hab ich kein Geld mehr. Ich hab noch Geld. Ich hab noch 200. Ich glaub, die haben auch Münzen oder so. Ich hab grad Münzen aufgesammelt von hier. Ich guck mal nach. Geh mal weg. Ne, ich hab schon Münzen noch. Das kann nicht sein. Okay, geht nicht. Stopp. Die sind einfach leer. Ja, ja. Was ist das? Geil hier. Okay, warte. Wir müssen jetzt Theorien aufstellen, ja? Ist mir egal. Das mach ich später. Ich bin Sherlock Holmes. Ich mach das. Aber nachher wissen wir das. Ja, komm doch her. Okay. Dann sind hier... Das ist... Ja, die machen wahrscheinlich hier Dings. Experience Events. Was glaubst du, wieso hier so... Ey, warte. Man kann sich hinsetzen. Cool. Ja, hab ich gerade gemacht. Aber du hast mir nicht zugeguckt. Hier geht's nicht lang. Passt mich nicht. Leute, what the fuck. Was war... Was hast du? Äh... Ich glaub, da geht's hoch. Hier. Ja. Vor allen Dingen, wahrscheinlich kann man so auf solchen Rohren halten. Alter, warte. Warte, 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 warte. Diese Geräusche. Alter, hier hat jemand gezeichnet. Cool. Komm her. Du kannst auch sprinten, wenn du duckst den, ne? Du weißt. Ja, Urlaub, wüsste ich nicht. Was ist hier unten? Sieht man nichts. Junge, bewegt dich einfach schneller. Du bist richtig langsam im Leben. Buch! Warte, warte, warte. Ey, guck mal, hier ist schon wieder... Als... Warte, warte, warte. Ich hab grad Lex gehabt und das... Okay. Was ist hier? Hallo. Irgendwelche Türen nicht aufgeht. Ja, hier wurde irgendwas gemacht, guck. Experiments. Experimente. Liegt ein Buch oder so. Okay, das ist echt komisch. Ja, irgendwelche... irgendwelche Physik haben die angewendet hier. Geh mal weg. Entferent. Was war das? Okay. Alter, guck mal diese Puppe an. Ist die nackt? Nein, schade. Das ist das einzige, was dich interessiert. Oh ne, ich hör Dings nach Viecher. Also wenn ich das so anschau, ne? Dann hatte ich halt die scheiß Kindheit. Dieses Flugzeug da drin. Oh man, das ist traurig. Hallo. Alles klar. Ach Gott. Komm mal. Es war in mir drin, aber die sind green. Ey, das ist ja voll... Alter. Boah, du hast so ein Kinderzimmer, ne? Du wohnst in so ein Kinderzimmer. Und du kannst so einfach rausgucken. Was ist das? Was ist das? Guck mal, die Puppen an. Guck mal, was die hier gemacht haben. Was machen die hier? Ey, ich glaub, da konnte kein ABC. Guck mal, er macht CBA. Weiß nicht. Warte mal, komm mal her. Kann auch hier genau den Weg gehen. Hallo. Warte mal, ist da drin oder was? War da drin oder was? Warte. In dem Zimmer. Ich hab irgendwas... Ich hab... To-do-list jetzt bekommen. Was steht da? Äh... Keep exploring hanging cave. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Ey, du kannst diese Wand hier umschmeißen. Ich weiß. Ich schmeiß gerade alles um irgendwie. Komm her. Hallo, greenbabys. Warte geht. Okay, lag. Ey, guck mal, dieser Booty. Es ist schön. Guck dir mal diese Leichen an. Das sind diese Molochs. Die da umlaufen hier. Warte, warte. Ich hab ja was gehört. Hast du Kamera? Ob ich Kamera habe, ich nehm auf. Ja, ja. Ich hab was vergessen. Ich wollte mal Dings machen. Den modern. Modern. Ohhhh. Sieht das besser dann mal aus. Es sieht komisch aus. Achso, warte. Ich hab die ganze Zeit modern an. Geht gar nicht. Doch. Achso, lass mich überhaupt nicht angemacht. Die Kamera nicht durch. Egal, gut. Warte mal. Okay, hier ist ein... Oktopus. Toter. Warte. Schleich lieber. Schleich lieber. Oh, ich höre. Ich höre. Wenn I see you again. Wenn I see you again. Warte, ich mach. Ich hab Molotows. Ich hab Bombe. Warte. Ah. Ja. Wow. Das ist super. Ah! 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 Was? Nein, werf mich. Guck mal, es macht alles... Dings. Feueralarm. Das macht alles aus. Alter, mach so viele Echos. Wirst du mich mit abwackeln, oder was? Ja. Es sieht komisch aus. Und man kann doch nicht... Ich wollte schon immer mal duschen. Ja man, wir duschen. Moment. Weiter geht's. Oh. Das macht mir voll Angst. Das sind... Das sind... Das sind... Das sind... Oh. Ich denke, das ist wie so ein Riesen-Moduck. Ey, da... Guck mal, das aus ist. Guck mal, ne Nase. Der riecht einfach an der Gras-Scheibe. Das ist... Der riecht einfach an der Gras-Scheibe. Der riecht einfach an der Gras-Scheibe. Einfach... Warte, warte mal. Hallo? Oh, das sieht noch irgendwie komisch aus. Nett? Ne Kart. So geht man mit dem Baby so... Oh, oh, oh. Ah, property of Megan. Megan, Megan, sonst was. Ich dachte, das ist irgendwie so Chemie oder so. Vegan! Entschuldigung. Hier sind Bilder. Junge, du bist mir immer im Weg. Fettsack. Bei Megan Cross. Ey. Ja. Ich schleiche lieber. Ich hab siegt. Ist mir ein bisschen zu viel zu Funky-Dunky. Warte mal. Warte. Das ist ein Film. Irgendein Spot, warte mal. Sahara, ja. Sahara heißt die Dings. Die Firma. Ja, mach mal weiter. Ja, ja. Medizin, Robich, ja, blablabla. Dr. Matthew Cross. Es ist der Vater vom Dings, vom Mädchen gerade. Subjekt, echt. Es ist zwölf Jahre. Es ist sechs Jahre. Ja. Ey, diese Missgeburte. Ja, das kenn ich. Ja, warte mal so eins. Oh, guck mal, das geht. Kann man was... Ey, okay. Gut. Was ist das für die Karte, alter? Forrest level, cave system level, b, c, d, ok. Was ist das? Ein Stein. Nein. Warte, warte, egal, egal, warte. Alter, wir sind so weit unten. Ah, das ist eine Formel. Ah. Hm. Hab ich aufgepasst in Schule. Hier ist eine Zeichnung oder so. Hier, guck mal, diese Dings, was ihr meinten mit dieser Physik. Ey, was ist das? So viele Steine? Oder was ist das überhaupt? LOL. Ah, das sind Dosen. Ja, wow. Wow. Ja, sah grad so aus. Oh, du wie Daniel. Ja, welchen Weg geht's jetzt lang gehen? Geht's auf? Du, Jünger, das schreck mich nicht. Ich hab grad... Ich hab den Bullock gehört. Guck mal, guck grad aus. Ist nix... Das sah grad richtig komisch aus, die Pflanze. Ja. Boah. Was? In dem Moment, wo ich das gesehen hab, hat er gesagt, ich hör was. Okay, ihr habt's verstanden. Ja. Ey, was ist das hier? Haben die wahrscheinlich... Da stellt man sich drunter und kriegt man alle auf Kopf. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab noch nie sowas gemacht bei Menschen. Nix für Eis. Gibt's da was? Hier ist was zu essen. Geht's weiter? Wo? Wo? Alter! Moloch! Hallo! Hallo! Geht's dir gut? Ich konnte dich das durchschlagen, okay? Ich hab irgendwas umgeworfen. Das ist wieder ein Spielzeug. Was zu sitzen. Ich hör noch mehr Molochs, oder? Ich hab irgendwas umgeworfen. Ich weiß es nicht. Fuck. Eis, wir haben was zu aufheben. Hier war... Ey, bei Megan Cross, der hat Dinosauri gezeichnet. Ey, guck mal her. Ja, das hat irgendwas gezeichnet hier, ey. Guck mal her. Ein Dinosauri, Junge. Ey, ist das dieser Vater von ihr? Guck mal, wer da hängt. Ist das Doktor irgendwas Cross? Vielleicht? Vielleicht können wir da in den Raum rein, hoffentlich. Kommen wir da rein? Warte, bleib mal hier. Waren wir schon immer so langsam? Das kommt im Wald halt nicht so vor. Boah, Alter sind wir voll, voll laut hier. Okay, dann müssen wir halt hier weiter gehen. Hi, Leute. Kuschelparty? Ja. Ich hab irgendwie Angst, dass der stärkste Moloch, also diese Kannibale, Megan ist. Jaaa. Erlöse sie, erlöse die. Aber welchen Moloch meinst du? Der hat meinen Timmy geklaut hat. Achso. Er wollte sie wahrscheinlich nur zum Mitspielen haben, weißt du? Aha. Das sind ja anscheinend die Kinder. Die ganzen Viecher. Jaaa. Jaja. Alter, Digga, du kannst uns einfach umstoßen. Was wär das so ein Stück Papier? Hier sind Kinder drinnen. Ich werf's mal einfach um. Alter, umwerfen. Ja, umwerfen. Alter. Hallo. Jaaa. Komm mal Acting. Schhhhhhhhhhhhhh. Was? Ich hab gerade Ohrenschmerzen und fall auf auf auf. Was ist das? Alter, ich hab heute gehen zu hoffen. Was ist das? Was ist zum Fick? Hier ist was zum aufheben, ein Einhorn oder so Was ist das? Bei Megan Cross Geht's hier auf? Was, wo? Ey da geht's was auf, ey Das geht auf Mach mal Oh nein Timmy Timmy Er ist tot Nein Timmy Nein Er hat den Stachel im Kopf Timmy Diese Monster, Timmy Nein Was? Ich hab ihn rausgeholt Und sein Kaninchen so Timmy Du bist ja doch schöner als auf den Bildern Nein Timmy Der Monster Und das ist das Experiment Den Ich leg ihn da hin, ich weiß nicht Was machst du mit ihm? Stöpst du den Mann an? Stöpst du den Mann an? Hä? Hier, nimm dein Spielzeug Ich hatte leider kein Geld für den Optimus Prime Nein Meine Frau, hier ist mein Sohn Oh lord Nein Was? Hm Stöpst du ihn mal an? Bin bei dir Was machst du da? Ach die Mucker hat Ende sich Alles klar Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint was mache ich nur ich weiß es nicht ich muss irgendwas aktivieren warum hast du ihn angestümselt was machen wir mit oh nein es gibt nur eine sache die wir jetzt tun können Jonathan geh da rein nein warte mal lass mal umschauen ey warte was bist du der große Moloch hat Timmy dich gefickt hey das ist der ich wollte nicht mehr malen hier ist rote Farbe überall und was ist das will you leave before you go away weg was was ich habe irgendwas mit Flugzeug wo ist das Buch ich fing hier alles verlesen mach dich stumm Junge mach dich stumm ey wo ist das wo ist die Zeichnung wo ist die Aufzeichnung ich habe es nicht mehr aber die haben die haben es gemacht mit dem Flugzeug okay ey ey nein wir müssen um Timmy zu retten uns selbst opfern anscheinend oder die brauchen immer ein Dings hier können wir einfach nicht auf diesen Moloch nebner da rein tun oh Mann blöd Mann die haben irgendwie wiederbelebt anscheinend was ist hier hey warte mal was ist hier Jonathan ich muss zensieren guck dir das an Brüste Brüste Ach seh da wir wollten nur mal so machen damit jeder das sieht hier gehts weiter mit diesem Molochs tschüss aber warte mal da gehts auch noch lange hier da gehts weiter Mann ab und hier ist Timmy sollen wir ihn retten können wir ihn retten können wir ihn retten ah ich kann nicht selber rein okay wow ja das Gegner wir werden Timmy retten retten ich weiß warte mal warte mal warte mal für den langen Part als ob ich oh mein Gott oh Alter das Ding schandt gerade in mir was war das schon Geld okay ja hier was zu trinken Kaffee ist ja lang ja da gibt es auch noch einen ja hier ist doch ist ein Bein okay hallo was hier ja oh mein Gott this is amazing also recht hin ich hab mal nix gehört von dir naja guck mal du schmierst ab gerade auch immer was ist das Problem ist lass mal gucken ob wir euch speichern können lass mal irgendwas hier rein ich bin nur bei dir Junge komm mal komm mal komm mal komm mal jaa so denk ich mal lass mal irgendwann versuchen zu speichern warte mal wo ist das das einfachste hier ah fuck wir können nicht speichern dann müssen wir das durchziehen lol hier ist ein daddy also anscheinend ist der rote Dings der Vater vom Cross wegen Cross warte mal weil er ist der Vater ist er ist der Vater hä aber es gibt nur einen Weg das raus zu finden komm chill 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 ich kann nicht chillen ich muss aufnehmen chill 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 und du kannst jede Zeit abschmieren holy moly nooo aaaaaaah was was wer eigentlich da runterfallen würdest eh ja wenn du Glück wenn du das Glück gehabt ja das ist glas ja trotzdem nein nein ich weiß das ist glas was was die Spiegelung schwingt was richtig laut hä ist das unten ist das unten irgendwo ein Monster äh ich hab Angst da und äh da da das Junge schrei nicht äh ey guck mal auf den Boden ja ich guck ganze Zeit hin hier jetzt auch oder komm mal auf den Boden naja haben die Spiegelung aber die Spiegelung ist nicht fertig da vorne sitzt was da vorne sitzt was langsam wer ist das Megan warte langsam langsam äh hallo warte machst du jetzt die Animation hä warum ist das Ding so klein ich wollte das nicht ja ich wollte das nicht Digga ich hab jetzt aber schon gänsehaut Digga geht's dir gut die hat irgendwas gegessen ah Digga Digga was hast du brauchst du Schminke oder so Alter hat er dieser Bastard hat so viele Experimente mit ihr gemacht der Rücken Alter ist die gruselig die Musik ich glaub die frisst dich gleich auf ok das ist wirklich nein fasst dich nicht an äh ah ah irgendwas kommt aus hier raus eine riesige Hand nein Megan what uch du Scheiße musst du los schlag sie kaputt aah alles da mein gud was kaputt schnell was ist das was ist das was ist das was ist das fick dich fuck zins an zins an hier hier muss auch nicht treffen können ich würde ich würde am besten nicht am glas bleiben ne alter ah uiuiui wo wo diese Musik wo diese Musik hop 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 ho hop 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 Scheiße. Können wir das nehmen? Kannst du das nehmen? Ja, nehmen sie. Ja, ich kann es nehmen. Müssen wir jetzt zurücklaufen? Weil hier geht es anscheinend nicht mehr weiter. Oh ja. Alter, das ist in der Halle, what the fuck. Ach du Scheiße, gruselig. Sag mal her. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, ich muss uns das angucken. Ich bin alleine hier. Guck mal, wie sie, guck mal. Ich bin Vater geworden, guck mal. Ey, guck mich mal an, guck mich mal an. Ich hab locker 30 Minuten oder so aufgenommen. Ich bin einfach Vater geworden, Mann. Das ist wie Grösche. Egal. Die Story ist einfach so behindert geworden. Also, Megan, hab ich grad jetzt davon erfahren und wusste schon, dass jetzt irgendwas mit ihr los ist. Das war jetzt der Entwurf, ne? Ich weiß es nicht, ich glaub das Spiel war fertig. Also das war jetzt der Entwurf, ne? Einfach der Spur zurück folgen. Wieso auch immer sie sich im Kreis gelaufen ist. Hallo? Wird Timmy uns fressen? Hat Timmy ihn gebraucht oder sie? Weil das ist ja der Vater. Sie hat das gemacht. Sie hat die Wachstumstücke gegeben. Mach das. Warte mal. Ja. Hast du schon gemacht? Mach zu. Live Sample required. Ja, hab ich. Warte, was? Sie liegt da. Sie liegt da. Da unten liegt was. Da unten liegt was. Ja, da war irgendwie ne Karte drin oder so. Was für ne Karte? Junge. Junge. Geh mal einmal aus dem Weg, Junge. So nervig. Ich muss einfach so alles durchlesen. Was für ne Karte? Was, was? Hier das hier. Hier für. Bei mir liegen zwei mal sie. Also sie liegt bei mir zwei mal da. Ja. Junge. Alles klar. Kannst du das auch machen? Super. Wow. Hallo? Ich glaub gleich kommt irgendwas für die Schlimmeres als sie. Ja. Ja, ich hab auch das Gefühl. Da kann man nicht weiter. Mach auf. Aber ich glaub hier kann man hoch. Aber ich hab sonst geschossen, mein letzter Schuss. Na ja, mach dann hier auch. Wow. Keine Gebäste. Oh nein, 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 nein. Hallo. Da kann man durch. Kletter durch. Ich bin dick hinter dir. Alles klar. Warte. Warte, ich guck bitte. Okay. Ey, wie lange geht das? Als ob das jetzt so ne Stunde dauert. Jetzt wird's wieder. Ja, das war ja ein bisschen Update, ne? Ja, aber kann man jetzt speichern? Frage ich mich. Ne, ich glaub nicht. Hier entscheidend. Müssen wir tauchen? Mhm. Puh. Dann mal los. Unter Wasserball. Warte, ich sprinte wahrscheinlich. Ja, warum bist du so schnell? Ja, ich sprinte auch. Ich erkenne hier gar nichts. Was ist das? Okay. Alter. Bist du, bist du bei mir? Ja. Es geht nach oben. Okay. Als ob hier's hier irgendwas hinlegen muss. Ey, was? Ey, bei mir ist hier nichts. Ah, jetzt? Wow. Äh, äh. Ich hab mich grad erschreckt wegen der Spiegelung. Vom Wasser. Die waren grad rot. Warte, ich mach mal kurz das Licht an. Ist da unten ein Tier oder so? Ich erkenne es nicht. Ja, was geht? Nee, das weiß ich nicht. Aber ich hab eine Skelette. Nee. Ja, hier sind schon wieder so viele... Schlaf... Was ist denn dagegen oder was? Oder meinst du die Skelette? Oder meinst du die Skelette? Die Skelette? Ey, guck mal, er macht den Dab. Ja, okay. Er macht den Dab. Was ist da hinten? Da hinten? Was ist dort? Oh, eine Skelette, okay. Ich glaub wir müssen runter, weil der ist glaub ich nicht hier. Und was ist... Was ist... Was? Was? Hier sind... Hier sind Bibeln. Oder so. Nee. Oder doch. Was geht hier ab? Okay, vielleicht gehen wir erstmal runter. Aber vorher geh ich nochmal ganz kurz. Da hinten. Okay, der doppeldeppt. Dab, dab, dab. Lass uns mal runter gehen. Ich denke, was... Was hat das mit diesen ganzen Skeletten hier? Verbrannt? Nee, ich glaub nicht, dass sie verbrannt sind. Ich hab keine Ahne, man. Ich bin kein Experte. Ist da was nicht hier oder so? Da hinten, hinter dir. Nein? Ist das eine Arena oder so? Wo? Ich hör irgendwelche Gegenden. Komm mal hoch. Wo? Komm doch einfach hoch. Wie zu denn? Warte. Ja, okay. Ja, was auch immer das hier ist, das ist... Ja, sieht irgendwie so aus. Ja, sieht irgendwie so aus, naja. Für Wasser-Pokémon. Ne, 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 ne ne, ne, ne. Jetzt wieder zum Seil. Äh, wie komm ich raus? Das ist halt wieder eine Sache, von der man nicht weiß, warum man hier... Das ist halt wieder eine Sache, wo man nicht weiß, warum die hier... Dann proviant, geht. Komm her. ... und was das hier ist. Meiner ist offen, ja Ich hab nix mehr zu essen, oder? Kann man die Steine essen? 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 Okay... das sind das köpfe hallo ja es umgeworfen alles klar was ist hier passiert weiter was geht mit denen hat bei mir er hatte das noch trinken immer so in links in kreuz immer eine mulch gesteckt das ist das das ist das geheimnis von forrest irgendwie hat hier einfach alle massakriert experimente gemacht mit den kindern und seine eigene tochter auch nice so weiter geht's also ich war hier er ist aufgehört k gut ja da geht es wohl hier rein ne kam noch ein bisschen ja ich mache licht rum ich mache das ding finde ich durch k ja flares zünd mich an alles klar ja nein deswegen sag ich schon mal ich hab nix mehr zu essen essen mal aloe vera bin ich auch ein bisschen ich hab nix mehr von dem zeug pflanzen habe ich auch nicht habe ich nicht irgendwas was man es ist egal ist egal danke oh das ist ein fahrstuhl auch vielen dank ja du bist immer im wieso kann man eigentlich nicht mal hier durch dich durch du noch ok es geht nach oben es geht nach oben das ding hat sich nach oben bewegt ich bleibe lieber hier in diese ecke warum brauchen wir keine musik kommt nur ein d da wie kann das sein dass man das eigentlich nicht sehen kann so vom außen vielleicht auf der anderen seite des berges oder vielleicht so kamo kamo flach scheiß auf die aussicht ich muss das geheimnis hinterher lass mich plötzlich aussicht genießen sind wir bei star wars was sag ich mir tja wie ist denn die beste haus tja wo sind wir gelandet warte mal geh mal weg kann man sich da hinsetzen schade kann unser haus viel von ihr sehen minimalen die map sehen cool also die ganze insel ist das da hinten ist das da hinten da hinten das loch guck mal da hinten ich ok aktivieren wir die scheiße ja ja das ist das loch ich komm noch ein was mach ich jetzt oh mein gott oh mein gott da ist ein flugzeug auf dem radar der anfang also das ende oder der anfang zugleich von to forest ja ich auch ich sehe deine hände nice oh lass uns beide berühren das ding hinter uns ja genau das ähm alter alles klar aaaah ja das ist orange das ist orange einfach So sind wir aufgeschaut. Wir können ja nicht durchs Fenster gucken oder so. Verstehe. Müsst ihr jetzt zu den neuen Passagieren gehen oder ist das erst Ende? Dann müsst ihr anscheinend irgendwelches Kind von denen wegnehmen, oder? One year later. Was? Was glaubt ihr? In welchem Film bin ich hier, Alter? Ein Jahr? Mein Timmy ist ein Jahr tot? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Timmy. Ja, das riecht komisch. Timmy, da war Lex. Warte, was? Ich habe überlebt, Timmy ist am Leben? Was? Ja, da ist meine schöne Axt. Ja, das war ein Film, oder was? Mit dem, äh... Ja, das ist der schwarze, oder das ist der... Los mal, Timmy. Nein. Ja. Das ist Arnold. Ist das jetzt ein... Ist das wirklich passiert, oder ist das nur ein... Das ist wirklich passiert. Wie? Wir haben uns... Wir wurden halt jetzt gerettet. Wir haben überlebt, okay? Wir haben es geschafft. Ah, ja! Meine Wund... Meine wunderschönen Baumstämme. Hallo! Wer guckt, er sieht aus wie Shrek. Ey, da bist du links, ganz links. Und du bist bei Alder. Tch. Ah, Timmy, geh weg. Oh, Timmy hat voll die Bugs, Alter. Das sieht mir echt verdächtig aus. Ich glaube, die haben mich... Ja, irgendwie ist das echt komisch. Ich glaube, ich bin irgendwo angekapselt, oder so. Warte mal, irgendwas passiert! Irgendwas passiert! Oh, 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 oh! Oh nein, Timmy! Das war kein Lag! Kein... Es war kein Lag! Ich hab's einfach bemerkt, dass du... Weil der... Halt... Der Typ... Nicht komisch hingeguckt hat. Das ist... The Forest. Das ist das Ende von The Forest? Was? Was? Der nächste Abdeck kommt noch vier Tage. Alles klar. Das... Das Spiel ist durch. Ja. Wir haben Timmy trotzdem verloren! Das war's! Was? Dafür hab ich jetzt... Dafür hab ich jetzt für 40 Minuten aufgenommen. Unnötig! Nice! Ich bedanke mich bei allen... Leuten, die mir... Baum... Baum... Baumstamm... Gebracht haben. Aber wir haben trotzdem Timmy verloren. Und wer war... Wer war jetzt dieser Doktor... Sonst was... Matthew... Cross! Wer war Megan Cross? Das ist mir klar, dass der da war am Ende. Das war der... Aber... Er hat's irgendwie gemacht. Und der hat Timmy... Er hat anscheinend Timmy geklaut, um Megan wiederzubeleben. Aber Megan... Ist aus... Grass hat dann gekillt. Und wurde später... Weiter zum Monster. Genau wie Timmy jetzt. Weil er jetzt auch wiederbelebt wurde. Ey, was? Ja. Mein Fuck ist Todes. Ich höre auf. Tschüss. Was ist? Ja.